Woher kamen wir denn? Von zu Hause. Woher? Also in welche Richtung? Irgendwo dahinten. Dann fahren wir mal dahinten lang. Jetzt fahren wir ja gerade wieder hoch, ne? Ja. Ja. Hallo. okay also wenn wir hochfahren müssen wir okay machen wir jetzt einfach auf den wasserweg wir müssen hier wir müssen weiter ich gucke nicht mehr auf die karte deprimiert mich nur dann muss auf die karte gucken die im schritt müssen uns helfen falls es dir noch nicht aufgefallen ist die helfen uns nicht die wollen nur dass ich dich irgendwo runter schubs was ich jetzt nicht negativ finde aber nein das sind ja die parallelen zum rp da wollten sie mich auch nur umbringen ich könnte ja eigentlich hätten wir mal einen antrag machen sollen um till hinzurichten mit welcher begründung denn oh er hat uns reich gemacht ich habe dich reich gemacht was du ne du hast mich nicht reich gemacht doch unter anderem jawohl wer hat denn immer bei dir sachen gekauft ich hatte halt guten stoff für dich was du hast denn fortnite studs overlay im stream schäm dich ja keine ahnung ist wahrscheinlich noch seit gefühlten 100 jahren da drin ich wusste gar nicht dass es drin ist ist son schön sondern Independ natürlich was ist in minecraft seltener dias oder kürbisse ganz klar kürbisse das lernt man doch überall so was ist es buenos jahres buch aber wir sind diamanten ach so also jetzt in diesem zusammenhang danke für den hinweis bitte so bin mal weg bis später alles klar bis dann curry wir sollten pennen aber wir sind auf dem fast richtigen weg wo ja ja das sagst du immer wieder rausgefallen ja ich bin rausgeflogen ja wir sind dem sagst du auf dem richtigen weg wir sind ganz oben rechts links in der karte drin ja so haben wir angewandt wir müssen nur auf diese karte ist der punkt nicht mehr am rand sondern in der bitte irgendwann mal rechtsklick auf dieses häuschen nehme ich nicht danke warum nämlich immer weil du mich in fallen locken willst die bringen um nein doch natürlich hast du mir auch selbst gesagt bienen bringen einen um muss nur schnell genug sein ja richtig wenn ihr den fehler augenbach und rennen das ist mir auch gott ist das hier aber hier ist das 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 hier ist ja der thema bin du hast du den wirst denn da bist du vor den kindern Wo willst du denn hin? Hast du überhaupt irgendwie einen Anhaltspunkt? Ja, hab ich. Was hast du denn für ein Slalom? Ja, ne, 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 das Slalom. Das kann man erkennen, wo man... Okay, das ist jetzt. Mann, 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 Mann! Was? Äh. Was? Ja. Äh. Was? Äh. M-Ghm-Ghm. Nee. Nee. Ma started? also gut schauen wir mal so also wir haben nicht wir sind norden süden ost west da oben jetzt ist die villa wieder südöstlich oder so wenn die villa südöstlich ist heißt es dass wir hier so also in diese richtung müssen diese diese richtung wieso weil ich um die insel herumfahren wollte aber du hast recht also wir müssen die rote nadel muss genau auf die so haben wir die eine stelle gefunden dass sie sich bewegt hat wir die villa wenn der kommt was auch nur ein bisschen funktioniert dann ist das so das hätte ins auge gehen können das wäre fast ins auge gegangen jetzt noch mal aber ich höre es auch schon glück an mann 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 und hier sind flüsse ist ja schon mal nicht schlecht ja die gibt es ja sonst nirgends nein die gibt es nur in der nähe von klar macht sinn ich würde ja nichts sagen aber die punkte verschieben sich wieder ne ja ja super also sind wir richtig aha ja 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 was guckst du so und zwar die punkte verschieben sich nach unten jetzt müssen wir ein stückchen hoch oh das tess ist doch Wir folgen ihm einfach. Was macht er jetzt? Oh, Tess ist wieder da. Hallo, Tö. Was ist mit der da? Tess war kurz down. War ich nicht da? Oh, jetzt ist es wieder down. Das Tess spackt irgendwie rum. Oder ist das nur bei mir? Ja. Nee, bei mir auch. Ja. Gut. Also, gut. Ist relativ, aber... Warte, warte, warte. Okay, wir laufen jetzt östlich. Ah. 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 Auf der Karte gehen wir jetzt wieder weiter runter, ne? Ja. Aber was soll ich machen? Was soll man machen? Wir müssen uns ja irgendwo dran halzen. Naja. Ja. Ja. Wobei, wir könnten... Also, das wäre jetzt nordöstlich, ne? Das heißt, wir müssten da hin. Guck mal. Hmm? Nordöstlich... Woah! Oh. Oh. Ohohohohoho. wir müssen gleich wieder schlafen hier ist auch schön zum schlafen müssen wir immer wieder die richtung anpassen halt östlich oder so es ist nordöstlich ist da da ist es nordöstlich ich sehe schon wie chris sie sich vom piz was macht sie vom pc ja das ist jetzt wieder weg ach du suchst auch was ist mit dem test los ist voll ätzend gerade ja 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 Wir haben ja letztes Mal schon eine Runde aufgenommen. Wir haben auch x Dörfer gefunden. Deswegen ist auch mein Inventar so voll. Aber das mit dem Test ist echt gerade ein bisschen doof. Nein, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie Till am Labern ist. Wir müssen da lang. Und guck mal, hier ist Spalt. Wir sind bestimmt nah dran. Hey, waren wir doch vorhin schon. Er will wieder Bötchen fahren. Was hat er denn jetzt vor? Ich glaube, er will aufhören. Ja, gut. Was hat er denn jetzt vorhin? Hallo. 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 Ja gut, dann war es dann wohl erstmal mit Minecraft. Ist er schon raus? Ne, da ist er noch. Was macht er denn? Oh, das mit Terz ist kacke. Gleich ist er weg. Wie sieht schon kommen. Ja, das könnte man, aber das weiß er wahrscheinlich nicht mal, wie das funktioniert. Wie sieht er denn? Oh, warte, mein Handy leuchtet. Vielleicht hat er per WhatsApp geschrieben. Ah ne, hier. Komm nicht mehr ins Test. Kein Plan, was da nicht mit stimmt. Und... Jetzt schreibt er auch noch in WhatsApp. Ich kann nicht mehr ins Test. Keine Ahnung, was da mit stimmt. Sollen wir hier abbrechen? Erstmal, weil das ist echt ne Zumutung gerade. Ja, komm. Weißt du, er entschuldigt sich auch noch. Da kann er ja nix dafür. Hallo Mozilla. So. Okay, komm. Minecraft lassen wir jetzt an dieser Stelle erstmal. Test-Update gemacht. Ich nämlich noch nicht. Ja, aber das liegt nicht am Test, an unserem Test, sondern am Server. Der Server ist down. Nicht unser Dingens. Komm, wir gehen jetzt raus. Ähm... Warte, was hat er noch geschrieben? Hm? Mhm. Okay, ähm, was machen wir denn jetzt mit Dingens hier? Oh, warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, ich guck mal eben kurz, äh, vielleicht... Oh, das Alte geht. Das Alte, der, es geht. Hm. Hm. Und ich schreibe ihm das mal eben. Hm. Mal schauen, ob er hierher kommt. Und ich schreibe ihm auch mal, der soll pennen gehen. Ja, er sieht nicht mal die Nachrichten gerade. Das würde schon helfen, wenn er hier ins Test kommt. Dann kann ich es ihm direkt sagen. Aber wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Und dann kann ich es sein. dann kann ich es sein. Ich schreibe ihn. Okay. 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 Vielen Dank.